Noch eine englische Dogge. Richtig. Heute ist anscheinend der Tag, wo man Tiere vom Tierheim anbindet. Auch sie ist in der Nähe vom Tierheim, also gleich auch über der Wiese, an dem Hochstand angebunden gewesen. So wie es aussieht, muss man sie mit am Vormittag angebunden hier, weil wo man sie gefunden hat, war sie noch komplett trocken. Und es hat die ganze Vormittag gerangert, also hat jemand anscheinend die Freheit besessen, am herrlichen Tag direkt vom Tierheim ein Tier anzubinden. Sie macht eigentlich einen gottmütiger Eindruck, du hast schon gleich geschafft mit ihr, was hast du für einen Eindruck? Sie kennt die Befehle, sie sieht sie keinen Platz, sie keine Pfote, scheint gut sozialisiert zu sein, schaut auch gepflegt aus. Sie ist gepflegt, kennt Grundbefehle, einwandfrei, kann jetzt nicht ganz verstehen, wieso die da angebunden worden ist. Wir haben, muss ich dazu sagen, einen Chip gefunden. Es ist ein englischer Chip. Wir sind momentan noch eine Stunde in Kontakt mit der Datenbank in England. ... ... ... ... ...